Vor etwa zwei Jahren, am Releasetag von Just Cause 2, war ich alleine, meine eigene Insel. Ich konnte Chaos verbreiten, ohne gestört zu werden. Doch dann, heute, fühle ich mich in fucking Star Wars. Überall diese Klone von mir, überall. Ich meine, ist hier Clone Wars angesagt oder was? Doch jetzt reicht's. Dem ein Ende bereiten. Mein Name ist Rigo Rodriguez und ich bin Rot. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde, ich werde, was werde ich machen? Ich weiß es nicht. Es sind so viele. Ich habe schon tausend gezählt. Ab da habe ich schon aufgehört. Ich werde sie kriegen. Ich werde sie kriegen. Da sind welche, da sind welche. Ich werde sie kriegen. Au. Intro. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Gameplay-Video. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Mal. Roah! Na von Gott sei. Auf. Woa-oh! Meldefeinde in unserem Sektor! An Arena 1, Tore! An Arena 2, Tore! So. Ah! 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 Ah!